Jürgen, liebe Sergen, seid ihr schon, Alter, habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. So, Leute, eine schnelle Tour durch mein Zimmer. Ich habe so einen Ausblick. Mehr bräuchte ich jetzt nicht sagen. Es ist trotzdem schön, wenn es vielleicht blüht oder sowas, wird es schön sein. Ich habe ein schön großes Doppelbett gehabt, weil ich immer schön, weil ich hier so lange bleibe, da geblieben bin. Ich muss mich nicht beinen. Ich habe verschlafen. Es ist schon fast in Mölbe. Ja, also schnell durch das Bad auch noch. Also schön ein großer Spiegel. Ich sehe echt scheiße aus. Ich muss aber wie gesagt los. Schön in alle Wangen. Wollte ich mich eigentlich gestern einlegen. Ich habe da auch nicht gemacht. Klo, ja, Handtuch, Handtuch. Ja. Und diesmal habe ich auch hier keine Sitzbank, da es ein kleines Zimmer ist, aber im Anbau. Also das ist ein Winschbank. Ja. Und ich muss jetzt das alles mitschleppen. Am besten mit einmal. Aber ob das geht, äh... Also das ist ein Winschbank. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 ...